hallo und herzlich willkommen bei RettaCamp.de ich bin heute auf dir noch ein Ticket und heute habe ich das Spiel Global City Building Games ich habe aus Versehen das tägliche die tägliche Quest schon fertig gemacht deswegen mache ich jetzt die zweischündliche Quest viel spaß und da sind wir auch schon ich habe gar kein Sound jetzt geht es los Sound starten ok starten weiter weiter drehen wie oft darf ich drehen noch einmal ein Ticket gold das war schon starten was ist jetzt 1 es geht weiter ja da fehlt mir wohl noch etwas oder auch nicht zu ebend habe ich 100 weiter gehts gerade auf Video angucken gedrückt na super toll dafür habe ich jetzt die ganzen Sachen freigeschaltet das finde ich aber nice kriegt die man bestimmt auch noch oder auch nicht was haben wir hier noch mehr Spiele was haben wir hier Video angucken nein ich will kein Video angucken nein ich will kein Video angucken drehen geht auch nicht mehr was ist das nein will ich auch nicht Flughafen Flughafen oh nicht schon wieder was ist das hier für ein Flughafen 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 ich brauche einen Sack hier gab es Säcke nein dann hier da da dafür brauche ich den bauen ok der Hafen war ja soweit fertig der Leuchtturm ach da fiel mir Leuchtturm da komme ich nicht weiter der Freizeitpark sage ich jetzt mal Pavium kriege ich dich fertig hier ein Stück vom andern Freizeitpark hier ein Stück vom andern Freizeitpark hier ein Stück vom andern Freizeitpark Träger die Träger das ist ja mal richtig doof das ist ja mal richtig ich denke das ist ja mal richtig das ist ja das ist ja konstruier das ist ja jetzt brauche erstmal vier stück das macht eigentlich meine ruine hier da ist eigentlich auch fest und die brücke zur insel oder tunnel die brücke war dahinter stimmt das hier wird die brücke nicht der freizeitpark das wird die brücke geht dann bis hierhin irgendwie naja werden wir mal schauen allerdings bestimmt nicht heute aufgaben nähe den mache ich noch nicht was kann ich noch machen ich habe so viele neue sachen hier das hier vorne hatte war das sieht aus wie ein lost place das hier das hier soll voll zugewuchert oder hier der hier club gebäude wasser darf ich nur die zwei fabriken habe ich auch nur zwei gewerbe da ist fabrik elektrizität wind turbine windkraftwerk umspannwerk ja ja das sind hier alle sachen die machen immer ein bisschen umsatz da gibt es natürlich noch deko schiebende kratz schiebende kratz ich bin ein bisschen müde gerade körper kommt zur ruhe mein los place ja 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 ich möchte endlich diese Verstalträger haben ja 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 Ja. Schon wieder ein bisschen eingenickt. Ach, Mensch. Wo ist die Musik hin? Und... Ach, brauche ich nicht. Dreh in echt kein Dreh. Jawohl. Das ist gut. Warte, wie viel habe ich gehabt? Ich habe noch einen Platz. Voll. Gut. 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 So, jetzt müsste man es ja gleich geschafft haben. Noch zwei Stück, zwei sind im Bau, nein, zwei, ich kann auch den da wegnehmen, oder auch nicht. Okay. Okay. Komm schon. Und noch einer, den Flughafen weiterbauen. Eine Minute noch. Okay. 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 Vielen Dank. Okay, das war der letzte Flughafen. Und... Wie, nur hier ein bisschen gebaut? Oh, dann komme ich da nicht mehr weiter. Was braucht denn der hier noch? Zwei Steine, zwei Schrauben. Und der, da komme ich auch nicht weiter. Ja, okay, dann werde ich hier... Das war's. Okay. 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 Hmm. So, dann, heute nicht viel geschafft, wirklich nicht viel, was war das andere? Die Steine, Sandsäcke brauche ich, ganz viele, dann werden die erstmal produzieren, und... Ja, wir müssen mal wieder warten. Und... Aber ein Flughafen kommt voran. Das Problem ist, da komme ich auch nicht mehr weiter, weil ich habe diese Fliegertickets nicht mehr. Dann war hier noch eine Rennbahn, glaube ich. Ah, hier ist der Freizeitpark, der ist nicht freigeschaltet. Ne, der Bahnhof ist das. Das ist noch nicht freigeschaltet. Hier habe ich... Oben... Hotelbrück, den Kreppler... Uh... Echt, die könnte ich machen. Glas... Ich brauche noch zwei Schrauben, einmal Glas. Was brauche ich hier? Oh, vier Träger. Und hier... Ach, da fehlen mir diese... Pavillon-Tickets. Jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf. Hier fehlen mir die Dingens-Tickets. Egal. Schicke mal das Schiff weg. Ein bisschen Platz hier schaffen. Ein bisschen Platz hier. Hier ist er, Frau Borger. Oh, das ist er. Und wie ich kämpfe. Und ich bin da, stattdjunkt. Füß. Schiff. Auf der Glock-T neuroscience ja nee ist klar alles schau mal hier nicht nicht noch mal schiff sonst ist wieder alles weg das sonntag da schwimmen die wenn ich erfolge schluss werde ich reich das fehlt mir ja das dauert das dauert dauert 20 mal erzfarben ich habe schon viel mehr eingesammelt wie zwei hallo ich habe jetzt gerade wieder vier ressourcen eingesammelt und jaja ja das war noch ein jatz auch noch ein dreh dreh jippie ein kleeblatt jetzt hat es geklappt aktualisiert vor paar minuten um 15 uhr ist der tag vorbei hat ich das gewusst hätte ich nichts anderes gemacht na gut ich komme hier erst mal nicht weiter ich muss jetzt warten produzieren und warten und produzieren dann dann Zwei davon und davon noch zwei. Ach. Naja, egal. Was war denn das für Level up hier? 30 Sekunden. Oh, doppelt so schnell. Das ist auch nice. Haben die das hier auch? Ne. Hatte das. Ne. No, die Boga. No, die Boga. Guck mal, ich bin jetzt schon fast fertig. Na, egal. Noch ein Stahlträger und eine Schraube. Gau, 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 Gau. Ich hab da ja schon ein Stahlträger. Ach. Naja. Das erste, was sie machen muss, ist dann da oben weiterbauen. Bäm. Fertig. In. Sieben. Dann sind das hier wahrscheinlich 18, 10 Minuten, 18 Minuten. Also, noch Stahlträger holen. Dann, Dingens, los, Schick in ihr. Okay. In 18 Minuten baue ich dann hier rum. So, 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 so. So, so, so. Gut. Tschüss, da. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020